RCS ist ein klassischer Entsorger. Unser Hauptgeschäft liegt aber bei der Recycling von PET-Flaschen. Der Kunde hat nämlich gerufen aufgrund der Gefahrensituation. Mensch und Maschine arbeiten sehr eng zusammen. Hier mussten aktiv Lösungen geschaffen werden. Arbeitssicherheit ist uns immer sehr, sehr wichtig gewesen. Leider auch, weil wir auch schwere Arbeitsunfälle hatten. Bezogen auf den innerbetrieblichen Verkehr haben wir jetzt die Safety Guards vor grauer Zeit eingeführt. Wir befinden uns hier auf dem Recyclinghof. Dadurch haben wir sehr viele unterschiedliche Fahrzeuge und der Linus Safety Guard ist sehr einfach nachrüstbar und kann auf allen diesen Maschinen eingesetzt werden. RCS in Wern nutzt hier ein virtuelles Tor, um die Geschwindigkeit zwischen dem Außen- und Innenbereich zu unterscheiden. Im Außenbereich sollen die Fahrzeuge schnell fahren können, weil es die Platzverhältnisse auch erlauben. Im Innenbereich haben wir aber Maschinen, andere Fahrzeuge, teilweise auch Personen. Deshalb reduzieren wir automatisch die Geschwindigkeit. Zusätzlich sind 200 Portable Units hier vor Ort, um die Mitarbeiter und externes Personal vor Unfällen mit Fahrzeugen zu schützen. Wenn externe Mitarbeiter hier auf dem Gelände kommen, kriegen die portable Unit ausgehändigt, müssen diese auf dem Gelände definitiv tragen und bevor er wieder rausfährt, muss er diese wieder abgeben. Wenn er diese nicht abgibt, kommt dann ein Alarm-Signal und dann weiß man, dass er die noch als ein Mann hat. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, das erhöht wirklich die Sicherheit. Wenn Sie die Safety Guards am Mann, an der Frau haben, sind sie auch gewarnt im Moment, wo sie selber mal nicht ganz aufmerksam waren. Das ist das Gute an der Geschichte.